Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und ein gutes neues Jahr hier und herzlich begrüße ich Sie zu den Bergbau Nachrichten auf Rohstoff TV. Heute mit Trillium Gold, Gold Terra, IsoEnergy und Kutscher Copper. Trillium Gold Mainz gab die Ergebnisse des raumzeitlichen geochemischen Kohlenwasserstoffprobenahmenprogramms, SGH genannt, bekannt. Dies wurde im Sommer auf den Confederation Belt Grundstücken des Unternehmens durchgeführt. Die 39.300 Hektar große zusammenhängende Landposition liegt direkt im Trend mit wichtigen Entdeckungen, die sich derzeit im Red Lake Mining District entfalten und stellt eines der größten und aussichtsreichsten Landpakete dar. Parallel zu diesem Programm wurden auf dem Grundstück Schürfe und Probennahmen durchgeführt, deren Ergebnisse noch ausstehen. Unabhängige Ergebnisse und Interpretationen, die von Activation Labs zur Verfügung gestellten Ergebnisse und Interpretationen aus den 17 regionalen SGH-Bodenprobenrastern identifizierten zahlreiche Goldanomalien mit Bewertungskategorien von 1 bis 6, die das Gold-Explorationspotenzial der Grundstücke des Unternehmens belegen. Diese vielversprechenden Anomalien werden als vorrangige Ziele für die zweite Phase der Explorationsarbeiten von Trilliumgold in der laufenden Feldsaison dieses Jahr dienen und zusammen mit dem gleichzeitig durchgeführten Probennahme- und Erkundungsprogramm voraussichtlich mehrere Bohrziele ergeben. Die neu identifizierten Beziehungen zwischen den von SGH generierten Goldzielen, den historischen Goldproben und den möglichen strukturellen und lithologischen Kontrollen führen die Confederation-Belt-Grundstücke von Trilliumgold in eine neue Ära der Gold-Exploration. Wir dürfen also viel für dieses Jahr von Trilliumgold erwarten. In der Nachbarschaft geht es ja bereits ziemlich hoch her. Gold-Terra durchschneidet zwei hochgradige Zonen auf Yelarex in der Campbell-Sheer-Struktur auf der Kon-Mine Property Option. Bohrloch GCC M21022 durchtäufte zwei außergewöhnliche Zonen mit 19,74 Gramm Gold auf 5,44 Meter bei 273 Metern in der Tiefe des Bohrlochs sowie eine zweite breitere Zone mit 4,16 Gramm Gold über 11,2 Metern einschließlich über 10 Gramm auf 3,7 Metern in einer Tiefe von rund 251 Metern. Diese beiden hochgradigen Abschnitte erweitern die goldhaltige Zone um mehr als 50 Meter entlang des Streichs bis zur nordöstlichen Grenze der Zone Yelarex. Die Ergebnisse der letzten vier Bohrlocher GTC M21023 bis 026 stehen noch aus und wir sind sehr gespannt drauf. Chairman und CEO Gerald Pennington sagte, Die Untersuchungsergebnisse vom Bohrloch GTC M022 bestätigen unser geologisches Modell der hochgradigen mineralisierten Zonen innerhalb des Campbell-Sheer. Bei unserem Bohrprogramm 2021 waren alle Bohrlöcher darauf ausgelegt, die Zone Yelarex entlang des Streichs und in der Tiefe zu erproben und die Ergebnisse haben die Streichlänge und die Tiefenerweiterung erfolgreich erweitert. Wir sind zuversichtlich, dass unser bevorstehendes Bohrprogramm 2022 die Kontinuität der mineralisierten Zonen in der Tiefe und entlang des Streichs sowie in neuen, unerforschten Gebieten in der Tiefe und zwischen der Lagerstelle Yelarex und der ehemaligen Mine Con weiter definieren werden. Das Ziel Campbell-Sheer weist sich als erfolgreich bei der Abgrenzung von mehr hochwertigen und hochgradigen Unzen und bestätigt eine gute, hochgradige Kontinuität, soweit Gerald Pennenden. Golterra sieht sehr gut aus und wir erwarten viel vom Bohrprogramm in 2022. ISO Energy hat zugeschwindet einen Teil der Zinszahlung für Queens Road Capital Investments zum 31. Dezember letzten Jahres zu begleichen. Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 18. August 2020 zwischen QRC und dem Unternehmen schuldet das Unternehmen QRC bei 31. Dezember 2021 Zinsenhöhe von 255.000 US-Dollar, von denen 75.000 US-Dollar durch die Ausgabe von 23.076 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 3,25 beglichen werden. ISO Energy gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen die Genehmigung der Aktionäre und der TSX hat, für sein Abkommen mit Consolidated Uranium erhalten hat, um Consolidated Uranium die Option zu gewähren, eine hundertprozentige Beteiligung an ISO Energies Uran-Grundstück Mountain Lake in Nunavut in Kanada zu erwerben. Kutscher-Kopper schließt den Lizenzrückkauf ab und beendet das Offtake-Abkommen. Wie in der Pressemitteilung vom 6. Juli letzten Jahres beschrieben, konnte der Rückkauf der von Sumac Mines, jetzt zu Mitomo Metal Mining Kanada, gehaltenen Lizenzgebühr abgeschlossen werden und Sumacs Vorkaufsrecht für Konzentrate, das sogenannte Sumac Rover, aus dem Kupfer-Zink-Projekt Kutscher beendet werden. Beide Rechte wurden im Rahmen einer Kaufvereinbarung zwischen Sumac Mines und Western Celtic Mines vom 29. August 2003 gewährt. Der Transaktionsabschluss ist sehr positiv für Kutscher-Kopper zu werten. Die Beendigung des Rover von Sumac gibt dem Unternehmen die volle Flexibilität, sich frei auf strategische Gespräche über Abnahme und Finanzierungsvereinbarung nun einzulassen zu können. Dies wird ein wettbewerbsfähiges Umfeld für die Bedingungen der Konzentratabnahme schaffen, da die Abnahme von 100% des Konzentrats nur zur Verhandlung steht. Sehr gut für Kutscher-Kopper. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Desklima. Ein Team und ordentlich selbst können oder sind Aktionäre der präsentierten Unternehmen und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situation Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen auf der Spitz!